herzlich willkommen zu meinem video php mit microsoft visual studio code portable programmieren du möchtest also php programmieren und das mit visual studio code und ich möchte jetzt zeigen wie du das möglichst problemlos rasch und ohne probleme machen kannst du hast wahrscheinlich einen dieser beiden php server web server installiert das entweder lager und das habe ich in einem video schon dargestellt oder exakt ist ja auch sehr weit verbreitet mein tipp immer verwende auch lager da hast du weniger schwierigkeiten aber das was ich dir jetzt geht mit beiden mit lager und mixam du bist also hier jetzt auf der visual studio code seite dann hättest du die möglichkeit an download für windows zu wählen ich empfehle jetzt einmal hier auf dieses häkchen zu gehen und siehst du schon es ist geeignet für drei verschiedene betriebssysteme mac us windows und linux klickte auf aber downloads und jetzt kommt sie nämlich zu dieser seite und hast die möglichkeit wir machen das jetzt einmal für windows hier eine installer person runterzuladen eine zielperson installer personen haben insofern den nachteil dass die veränderungen in einem betriebssystem vornehmen und gerade wenn du in einer umgebung arbeit ist wie in einer schule in einem betrieb wo du nicht so einfach programme installieren darfst wirst du schwierigkeiten bekommen denn ein installer lektor deiner an unterschiedlichsten stellen des betriebssystem ab und da könnte es sein dass da jemand etwas dagegen hat deswegen empfehle ich dir und das ist auch wenn man da nicht in seiner umgehung arbeitet wirklich zu empfehlen diese zielperson da wird dann alles heruntergeladen man entzieht die datei und alles bleibt dann in einer datei klar jetzt einmal für mich dann diese 64 bit person diese zip datei herunter ich habe jetzt diesen ort oder heruntergeladen diese zip datei rechte maustaste alle extrahieren und schon schlägt er mir einen bestimmten ordner vor in dem dann der inhalt dieser zip datei landen soll da klicke ich auf extrahieren und da wären dann gleich alle dateien die zu wie sollst du den code gehören werden dort hinein genommen ich habe jetzt hier ein ordner bekommen das war noch die zip datei es gehe ich in den ordner hinein das sind einige dinge und hier habe ich vor allem diese code exe datei das ist die eigentliche programm datei von unserem editor und wenn ich jetzt die starten würde würde er schon unseren code editor starten ich möchte aber hier eine portable version erschaffen klick auf neue ordner data und potable version bedeutet das alles was ich hier bei meinen editor brauche dann tatsächlich in diesem einen ordner dann drinnen bleibt wenn ich hier den ordner data anlege weiß dann mein editor dass ich wirklich eine portable version möchte und wird alle einstellungen die er hat nicht irgendwann betrieb ist dem verteilen sondern hier dann hinein geben dass wir uns jetzt gleich anschauen ich starte jetzt wollte den editor ich habe data schon angelegt den ordner klick auf code exe und editor wird dann schon gestartet und man sieht hier schon das fenster city das alles in englischer sprache das bietet mir die möglichkeit das ganze auf deutsch umzustellen und das geht dann indem ich eine erweiterung eine extension herunterladen macht das ein bisschen breiter hier gebe ich dann schirmen ein und er gibt mir einige erweiterungen bekannt und ich will mir hier dann die von microsoft das german language pack klick auf install er hat es dann installiert aber es hat sich nichts umgestellt und das ist hier generell eine sache bei wiesel studio code dass ich immer wieder dieses programm neu starten muss wenn ich etwas neues installieren oder einstellungen vornehme manchmal schlägt das mir vor wie hier zum beispiel ich gehe auf restart und schon habe ich eine deutsche oberfläche dann ja ich mache das jetzt hier mal zu folgenden grund denn wir schauen uns noch mal den data ordner an dem vorhin angelegt haben und du siehst ich habe hier dann eine reihe von dinge da in diesen daten oder trainer wie zum beispiel diese extension und diese dateien die hier bei data drinnen habe die hätte sonst an anderen stellen des betriebssystems hinterlegt und hätte sein können wenn ich auf deinem computer probleme gibt einschränkungen gibt dass dann die installation nicht ordentlich funktionieren würde gut als nächstes starte ich jetzt wieder meinen editor und werde mir dann dementsprechend dann all die erweitern herunterladen die ich benötige auf die einstellungen dazu gehe ich dann später gleich noch ein als erstes lade ich mir hier gut rama herunter ein programm mit dem ich dann im prp gut dann später starten kann wo ich auch überprüfen bekomme ob ich richtig programmiert habe installiert das hier schon von jun hahn damit du es dann auch selber finden kannst das nächste ist dann format html im php das heißt wenn ich so hat der mail code in einem php code hinein gebe dann wird es auch genau angeschaut was das ist wirst du dann sehen wenn du dann ein anfänger wärst bist du das auch kennenlernen dann open php html euch gar nicht weiter tippen ich habe es hier schon erkannt diese orange basketball der die erde darstellen soll will ich einmal aus vom prima future klick auf installieren und als letztes dann nehme ich mir dann noch etwas anderes dazu das wäre dann das pp extension pack von felix becker und das besteht im prinzip aus zwei weiteren erweiterungen ich klicke auf installieren und die werden dann heruntergeladen und dann installiert ja und damit das ganze dann noch wirklich wirksam wird mache ich das hier wieder zu und starte wieder meinen code editor kann leider jetzt noch nicht programmieren denn mein editor kennt noch gar nicht im weg hin zu php und damit der video studio code editor den weg zu php zu meinem server findet muss ich hier einstellungen vor allem ich gehe da herunter gehe auf einstellungen und gibt dann hier oben php als erstes sehe ich hier schon einmal ich muss ein hacker setzen bei qualität also soll es wirklich überprüfen wenn ich etwas programmieren und sie ist auch bestens der welt schon richtig eingestellt aber ich gehe dann hier auf in settings schießen und bearbeiten hinein muss hier dann den weg eintragen dann bei php welte dazu zu meiner php datei was bedeutet dass ich zeige das jetzt einmal in einem ordner wenn ich mich samt arbeite was viele von euch wahrscheinlich machen werden dann gehe ich in meinen gesamten worten hinein such mir dann meinen weg zu php das wäre dann hier also der ordnung wo die php exe datei ist wenn ich mit lagern arbeite gehe ich dann hier hinein 7 412 das ist meine php person als ich bin bei lara gone binary dann suche ich mir dann in dem fall dann auch wieder php gehe dann hinein die php person mit ich arbeiten möchte hier wieder die php version was jetzt entscheidend ist ich nehme dann den pfad das ist dann wäre bei xampt dieser pfad kopieren dann rechte maustaste kopieren oder hier zum beispiel bei lara gone rechte maustaste kopieren es läuft also genau gleich aber ich gewinne meine titel zurück und hier kopiere ich dann den pfad hinein rechte maustaste und macht dann hier so einen strich und macht dann hier php punkt exe und das ist hier ist einmal in die richtung hier die richtung und da ist schon rot angezeichnet muss das hier nämlich umstellen es ist also nicht genau die gleiche schreibweise wie man das jetzt hier von windows gewohnt sind muss ich wirklich aufpassen dass es alles umstellen sonst habe ich später schwierigkeiten das ist jetzt einmal dieser pfad dann speichere ich diese einstellung hier auf speichern muss hierzu schaut dann hier weiter was hier noch für einstellung gibt und sie habe ich schon gesagt was gut dann komme ich zum executable path klicke hinein und dann macht mir hier dann das hier auf und da kopiere ich mir dann genau das was ich hier genommen habe also den weg zu meiner php datei je nachdem welchen server ich habe würde ich halt dann wie gesagt samt oder dann lager kann nehmen da ernst ist ich speichere das ganze wieder dann haut es dann insofern schon einmal gut hin dann kommen wir zu den nächsten einstellungen lege ich mir die einstellungen für die erweiterung ein bisschen genau feste gehe auf code runner gehe auf erweiterungseinstellung und sehe dann hier clear previous outpost dann mache ich das häkeln denn wenn code runner verwendet wird dann zeigt er immer wieder alle fehlermeldungen die er gehabt hat an das bringt mir dann insofern nichts wenn ich ein neues programm verwendet habe dann möchte ich wirklich nur das aktuelle angezeigt bekommen das passt insofern auch ganz gut und dann gehe ich hier hinein in die executor map klickt noch mal mit der linken maustaste drauf und bin dann hier in dieser datei wo es auch andere einstellungen letztlich gibt und da sehe ich dann hier php und da steht nur php und da werde ich jetzt aber dann genau dem fahrt die ich da oben auch habe den werde ich mir dann kopieren aufpassen dass du wirklich nicht diese anführungszeichen erwischt es ist mir schon mal passiert geht dann hinein welche der php ob die anführungszeichen halten und dann passt soweit ich mal klima das wieder ich kopiere es dann rechte maustaste kopieren oder steuernstaste cc gehen die nächste zeile und schreibt davor eine stadt php html hin soll man ja dann auch html dateien dementsprechend dann auch gut bearbeiten als nächstes mache ich das dann hier einmal zu als nächstes gehe ich dann hierhin und schaue ich dann hier einstellungen vornehmen kann das funktioniert insofern einmal nicht deswegen gehe ich dann wieder hier lässt er mich so nicht machen gehe ich wieder auf einstellungen und gibt dann an und da setze ich das häkeln bei titelformat und safe und das bedeutet ja letztlich nichts anderes als dass wenn mein programm gespeichert wird mein listing gespeichert wird dass er dann zumindest spätestens dann hier eine überprüfung dann durchführt dass es schaut ob mein php code dann wirklich in ordnung ist als nächstes gehe ich dann hier zu dieser weiter open php schaue ich da direkt an einstellen kann ja da habe ich erweiterungseinstellung und da muss ich dann eine wesentliche einstellung vornehmen wenn ich muss hier dann eintragen localhost vom server her wirst du das schon kennen dass man im prinzip immer das über localhost anspricht und da muss ich die sogenannte port nummer angeben und die findest du dann in deinem server wenn du ihn gestartet hast meinem lag und server steht bei mir 80 80 sport nummer ich muss also hier dann localhost 80 80 eingeben wenn ich examt verwenden würde und gestartet hätte dann würde mir hier die port nummer hinschreiben also die muss jetzt hier dann eintragen ich trage hier jetzt also 80 80 ein und hab dann im prinzip hier nur noch den pfad einzutragen wo sich meine ganzen web dateien befinden so gehe ich dann wieder in meinen verzeichnis hinein bei meinem server bei meinem gesamtserver wieder in ordner samt hinein finde ich all meine dateien die ich ihn für das internet buch für das webseiten programmieren benötige im ordner htdocs da kommen all die webseiten hin mit denen zusammen arbeiten kannst und bei lara gone sind alle dateien mit ich arbeiten möchte unter www als du kopierst und wieder hier den pfad zum beispiel diesen hier rechte maus dass die kopieren oder in meinem fall nämlich einfach diesen hier bei lara gone kopieren dann und tragen bei mir mit die tut dann ein gehe also dann hier hinein füge es ganze dann ein und wenn ich mir das hier anschaue als vorbild wo sich hier dann hinten auch noch dann dass sie eintragen ja ja dann haben wir das insofern schon gemacht wo kann der speichern gehen zum beispiel und macht dann wieder hier meine die dazu und starte ihn dann wieder neu soll starte es in editor doppelklick ich bin dann erinnern kann die einstellungen zu machen und jetzt gehe hier auf der öffnen gewisser her und er möchte von mir dass ich jetzt hier einen ordner öffnen also all die dateien mit denen ich dann arbeite liegen einen bestimmten ordner klickt darauf suche mit dem weg und in dem fall hier wähle ich mir den weg wieder zu diesem ordner weil man da drin ist bei mir der www ordner hier wenn du mich samt arbeitest weil es dieser localhost ordner die ich dir vorhin gezeigt habe welche zu herauf klicke blende da mir hier auf der rechten seite dann eine php dateien und ich möchte mir vielleicht mehr oder dann gleichzeitig einbleiben gehe ich dann mal hierher aus diesen editor rechts teilen das machte mir die seite noch mal laufen welche ziehe eine andere datei aufrufe zum beispiel 0 2 dann würde man sie hier auf machen oder die index datei zum beispiel sie kann ich ganz geschickt mehr auf einmal öffnen je nachdem wo ich hinein klick erscheint dann hier oben etwas oder hier etwas einmal hierher und da habe ich die möglichkeit bei diesem rang code extension welche her klicke für den aus und sehe ich dann wenn ich probleme hätte würde mir hier etwas anzeigen und hier füllen wir schon den code aus das heißt ich sehe dann hier genau den code in an den web server schickt und welchen wir das im web server anschauen möchte habe ich ja diese andere erweiterung du kannst dich erinnern diese hier oben prp klicke hier auf oben im browser er fragt mich dann in welchen brause ich das machen möchte ich bleibe zumal beim chrome klick auf chrome und er hat man dann die seite hier geöffnet mein erster code hallo zum beispiel die wieder zurück im editor wieder mediter gehe wieder hier zu den dateien und du siehst es ist sehr einfach und wir haben es geschafft in weniger als 15 minuten gemeinsam hier ein bisschen studio code mit prp zu verbinden ohne jegliche fehlermeldungen also ich empfehle nochmals diese zip version wirklich mal geheimtipp dafür wenn du wirklich ohne probleme programmieren möchte ist übernimmt diese einstellungen macht so und du wirst sehr viel freude beim programmieren mit visual studio code deinen web server und prp haben wir sehen